das ist sogar mehr als gut dann können wir nämlich anfangen so quasi zu sagen darüber hin passt soweit und wir sagen noch zur gaudi wir möchten hier ja dass man hier vorher noch was hinbauen können das wäre nicht das verkehrt ist ja auf der welt ich will gerade jetzt schon turm hinstellen eigentlich ja wenn wir schon mal hier unterwegs sind sollte man auch schon mal turm hinstellen eigentlich so mit dem gebiet das heißt die soldaten sind auf dem weg herrlich heute stein mitzüttel ist natürlich auch super die bauen wir für steinmauern von ich auch jede menge dann haben möchte dazu wollen wir aber auch noch ein bisschen mehr auf abbauen bevor man den aber den tag könnte man nicht kann sein tag schon mal starten aber das geht nicht ohne die stein mit zu davor erst mal gebaut zu haben das heißt wir hier und es hat unsere ganzen vorräte gefuttert mist ich durfte es gar nichts vor polizieren ja danke für die info ich brauche aber noch mehr leute schnell so schnell wie möglich allein dass ich jetzt schon positionsausfall habe in dem sinne ist schon ziemlich schlecht so aber zwei stücklei man weiß nie was kommt man weiß nie was kommt und wir bauen hier einmal zu mit einem türmchen schon mal hier rein dann ist das dicht dann ist das dicht so hier können wir noch sagen für den anfang hier rum dicht machen dass wir den bereich hier oben noch gar nicht gebrauchen aber den hier unten bauen auf jeden fall mit kurzen wegen wie man was verteidigen könnte hier oben gewahrt der nächste kommt dann dahin beziehungsweise vielleicht könnte man auch schon fast der nächste steinbruch gleich machen wobei die steinbruch ist in dem fall echt wichtiger hier bei mauren bauen müssen müssen so viele mauren bauen da noch was denn da noch was sind noch was sind und es geht nichts mehr natürlich macht nichts wir können trotzdem ein bisschen was bauen jetzt ich bin immer noch am überlegen wie wir das hier oben zu machen können er bauen erste linie hierüber was soll es in dem fall was soll es noch mal hierzu wir sind hier abgesichert hier oben noch nicht ganz 26 bitte ausrücken ihr damit auch ausrücken es sind nur langsame das macht momentan rein gar nichts aus wir müssten ja überall welche momentan haben oder ja so ungefähr so ungefähr eigentlich ja so das hat auch so weit hin stromkasten was denn des wortes hier gebaut mit noch mal zwei leuten mehr geht gerade nicht nein du bist auch schon fertig stein machen kosten gold die kosten leider gold für den moment du bist auch unterwegs jetzt weiß halt auch unterwegs was wir schicken alle einfach nur ein tour je mehr sie abschließen können umso glücklicher bin ich ja du bist auch weg das heißt wir haben jetzt alle nummer haben auf besichtigungsreise geschickt aus natürlich hier weil du in dem zeitpunkt noch nicht bereit war es dafür so stein haben jetzt auch bis zu umfallen das heißt wir haben echt noch gold probleme momentan was sind des wortes 800 fast weil wir mal die stein machen echt bekommen könnten und das wäre super stein machen wir nicht direkt mit stein machen weitermachen dann müssen wir gerade erst anfangen irgendwie mit anderen mauren uns rumzuschlagen können wir dich vielleicht noch das geht noch oh mein gott ja das wird so episch werden das wird ich weiß gar nicht wie es beschreiben soll es wird super es wird einfach super so viel wie wir gerade raushauen können ist das eine wahre worden kommen einen brauchen wir noch tüte ein zombie noch kommen dankeschön ja das war jetzt noch wichtig nicht dass wir es irgendwie nicht weiter position können so direkt weitermachen und noch hier hinten was sind schon sechs fünf sechs so jetzt da sind fast alle drin der nicht macht nix aber der rest auf jeden fall da können wir produzieren bis wir blutig sind so hier hochbaum denn ich schon könnte auch noch gleich kommen und noch einmal noch ein einziges mal mal guck es kommen jetzt kommen schon ein paar rennen auf einmal her sei denn soweit schon fertig noch nicht ein häusel hat er noch okay das läuft gerade auch nicht so gut wenn ich mal sagen So, jetzt besser, oder? Ja, wesentlich besser. Okay, ihr alle herkommen. Ihr alle herkommen. Du buchst jetzt direkt weiter. Und du, meine Freunde, kommst dir nach unten. Dass du mir hier kannst zubauen. Und der wird sich hier rumkümmern. Oh ja. Ich würde sagen, ich kann hier schon mal zubauen, aber nein, das machen wir nicht. Das machen wir jetzt noch nicht. Da warten wir getrost ab. Einmal komplett rumkommen. Das ist schon so ein Traum von mir. Das ist ein riesiger Traum von mir. Also, warte, wir könnten ja noch. Wenn wir eh gerade am Produzieren sind. Sechs Stück. Nochmal sechs Stück hier hinbauen. So, und jetzt können wir alles abgehen, oder? Jetzt können wir abgehen bis zum Gehen, wenn wir Steine hätten. Ähm, wenn wir Gold hätten. Aber das können wir uns ja ansparen, in dem Sinne. Steine haben wir jetzt im März genug. Der Rest muss nur noch nachkommen. Ähm, das wäre schwachsinnig hinten. Hier haben wir auch schon das, was wir wollen. Dass wir quasi hier eine Mauer hinstellen können. Das heißt, wir brauchen gerade Strom hier hinten. Jepp. Und dann bauen wir sogar noch mal Strom hin. Denn warum nicht? Und danach bauen wir... Können wir nicht machen, Mist. Dann können wir noch mal eine Farm hinstellen. Die brauchen wir gerade gar nicht. Wir brauchen wirklich... Wir brauchen einen Tag, Geld und Erweiterung. Ich meine, das hier können wir upgraden. Das hier können wir auch schon mal upgraden. Weil da werden wir auf jeden Fall hinkommen. Da sind wir, da sind wir, da sind wir, da. Ich glaube... Das käme noch recht gut hin. Und danach hier drüben einer. Das sollte eigentlich gut funktionieren. Und das nächste ist schon wieder. Da kommst du mit der Politierei gar nicht hinterher. Ähm... Das hier hinten müsste man dann hier zu machen. Wäre das taktisch klug? Das wäre taktisch... Nicht das Schlechteste, was wir machen könnten. Also machen wir es auch. Komm, wir hier zu machen. Und hier rüber zu machen. Und den ganzen Bereich hier drüben dran. Ja. Oh. Das können wir natürlich auch noch machen. Jede Menge nachproduzieren. Weil das hat nämlich gerade wirklich gefehlt. Beziehungsweise, wenn wir das haben... Die hier... So hin. Wespen. Ja, doch Wespen eigentlich. Bürgerhaus. Ein Steintürmer, weil so ist. Wenn man Steintürme... ...passt genauso gut ins Repertoire rein. Das haben wir eins zumindest gemacht. Und die Verteidigung hier unten hat auch nur das hier schon. Oder hier bauen wir in der Mitte hin. Da bauen wir in der Mitte hin. Das passt dann schon. Soweit können wir da schon mitgehen. So. Das heißt, du hier wirst geradeaus gehen. Soweit es nur geht. Und wenn man das noch ein bisschen Überschuss haben, können wir den nächsten Soldaten ausbilden. Oh je je. Und dann sage ich mir noch eine. Wir bauen wahrscheinlich die falschen Sachen auf. Gerade. Das wird jetzt zu böse. Das wird jetzt nicht zu böse, wenn wir da jetzt noch ein Fehler machen würden. Das machst du gerade Steintürmer forschen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut sogar. Aber ich sehe gerade, wir brauchen eh Arbeitskräfte. Das heißt, wir müssten demnächst so oder so das Upgrade machen. Dass wir hier weiter hochkommen. So. Dann ist das nämlich auch hier dicht. Das ist dicht. Das ist dicht. Die hier. Upgraden. Die bauen hier. Upgraden. Das ist auch noch von uns Upgraden. Jupp, das wird jetzt nämlich auch noch mit von der Party. Das lag dann, dass ich auch noch vor uns zu bekommen. Sieht's passt und hat ein bisschen Luft. So. Das können wir wegmachen. Das können wir wegmachen. Das können wir wegmachen. Dass wir für uns schon mal hier eine Grenze gesetzt haben. So. Dann dauert, 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 dauert gebaut. Steinhaus. Das muss es sein. Steinhaus. Das wäre doch fein. Und ich hoffe gerade inständig, dass einfach jetzt keiner mehr kommt. Danke dafür. Also dass nicht nochmal ins Schwarm kommt. Irgendwie bei Tag 25, 26 oder sowas. Das wäre jetzt ganz, ganz ungeheißen. Also das wäre... Puh. Darauf kann ich jetzt eigentlich verzichten. Sagen wir es mal so. Strom haben wir auf jeden Fall genug. Dich haben wir noch hier. Könnt den noch hinbauen. Ins Eck rein. Einfach nur, dass wir das Gebiet hier auch noch haben. Ja, das hier oben wäre jetzt schon noch cool. Das wäre schon noch cool, dass wir es doch schnappen könnten irgendwie. Einfach sagen, wir bauen hier zu. War gar nicht größenwahnsinnig irgendwie. Nein, auf keinen Fall. Warum sollte ich größenwahnsinnig sein an der Stelle? Wüsste nicht warum. Da hinten könnten wir so ein Haus hinbauen, weil... Warum nicht? Da haben wir noch ein einzelnes Haus und... Puh. Da ging es, glaube ich. Na da. Hier kommen wir uns hinbauen und da kommen wir uns hinbauen. Macht schon mal ein paar Leute mehr. Nicht viel, aber ein paar. Ein paar sind besser als gar keine Leute zu haben. So, noch mehr und bauen. 13 Stück. Oh, das ist noch nicht viel. Das ist noch ganz und gar nicht viel. Und die Außentore müssen auch noch... ...ordentlich geupgradet werden, also... ...so wie es jetzt momentan ausschaut, darf es nicht sein. Ich glaube, wir haben bis eins. Stimmt, wir haben ja bis ein Außentor. Haha. Das haben wir ja gesagt. Mach mal gar nicht so, wie wir es wollen. So. Und einmal hier zugebaut. Passt. Da sind wir auch bereit. Weichen. Dann schauen wir noch mal. Wir putzen ja gerade raus, haben wir gesagt. Hier putzen wir raus. Wir brauchen noch mehr Leute, haben wir gesagt. Ich habe dafür auch forschen wir gerade die Steinhäuser. So. Tummechen hochbauen. Tummechen hochbauen. Tummechen geht nicht hochbauen. Schade. Die ist mir jetzt zu schön gewesen, um wahr zu sein. Wenn wir die für Lucifer einhalten, das hätte schon was für sich. So, hier haben wir auch noch ziemlich viel Steinhäuser sind erforscht. Das heißt, wir können jetzt die hier upgraden. Häten wir noch ein bisschen mehr Nahrung sowieso. Das muss man hier drin sein. Das muss innerhalb von dem Bereich hier drin sein, damit es noch einen Wirkungsbereich hat. Okay, dann haben wir das nämlich auch schon mal hinter uns gebracht. Die Arbeitskräfte werden dann auch jetzt steigen. Und sonst eigentlich mal alles hochrüsten auf Steinmauern. So, dann gucken wir doch mal. Hier 15. Zack. 1, 2. Zack. Zack. 1, 2. 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 So. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und du auch direkt nach da oben hin. So. Und der Rest von euch. Sollt ihr jagen gehen? Eigentlich nicht. Ich brauchte nicht jagen gehen. Sollt ihr jagen lassen? Ich bin mir gerade so ein bisschen unsicher. Ich bin mir gerade so ein bisschen unsicher. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Eigentlich. Ja, komm. Was soll es an der Stelle? Na, komm. Und wieder ein bisschen produzieren. Und gleichzeitig die Dinger. Na, geht nicht. Mist. Kann ich ja gar nicht hochsetzen. Okay. Dann machen wir es anders. Hier hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Naja, falsch. Einmal falsch gesetzt. So, nochmal. Hier hin. 1, 2, 3, 4. Hier hin. 1, 2, 3, 4. Hier hin. 1, 2. Dorthin. 1, 2. Äh. Dorthin. 1, 2, 3, 4. Dorthin. 1, 2, 3, 4. Dorthin. 1, 2, 3, 4. Dorthin. Und dorthin. Damit sollten sie eigentlich überall abgedeckt sein. In der Theorie zumindest. 24 recht aus. Um. Nicht ganz. Mist. Ich will ein Türmchen. Ich will ein Türmchen haben. Kannst du sagen. Gib mir doch einfach ein Türmchen. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bingo. Türmchen wird gebaut. Oh. Und überall Maschinengewäldetchen bauen. Auch wenn das davon erfallen wird. Das ist egal. Das muss trotzdem eigentlich hier funktionieren. Sollen wir nämlich von da nach da durchgehen. Okay. Der Rest ist soweit bestückt. Ja. Für den Anfang zurück. Zumindest so. Hier rüber hin. Dann brauchen wir noch mehr Leute. Noch mehr Leute. Noch mehr Geld. So. Sind wir noch mehr Leute auf jeden Fall. Das Geld kommt leider gerade nicht. Ähm. Upgraden. 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 Hm? Wir brauchen jetzt. Wir brauchen jetzt keine zu tun. So. Stange halten. Macht sie kaputt. Hier oben. Ist immer schön, wenn wir das alles so ein bisschen nutzen können. Das hat schon ziemlich viel für sich Das nächste noch am Daumen ist Dankeschön Wie schaut es beim Rest aus? Der Rest ist gut, der Rest verteidigt Dem Rest geht es Soweit gut Können wir denn Upgraden? Sollten wir? Machen wir. Wunderbar Überall Steinmauern Einfach nur alles mit Steinmauern voll klatschen Egal was los ist Die Steinmauern sind immer gut Du Darüber Darüber Ja, das muss zu Hier und hier und fertig Alles andere wäre Böse, wäre richtig böse sogar 50, das heißt so viel wie 1, 2, 1, 2 Zack Und wir sagen noch Wenn wir eh so viel haben gerade 1, 2, 1, 2 1, 2 Wollen wir mal hier entziehen Genau, kann der nämlich hier drüber schießen Dann passt das auch soweit mal Für der Anfang zumindest Gibt es auch gerade gehabt 2, 1, 2 2, 1, 2 2, 3